Im Sport gegen Stress, für die Schönheit, für die Gesundheit, Anti-Aging, Vitatonic. Die Firma VitaLogic hat in Zusammenarbeit mit meinem Boltzmann-Institut das maßgeschneiderte Aminosäurenpräparat Vitatonic entwickelt. Vitatonic wird eingesetzt, um Befindlichkeitsstörungen zu beseitigen, die auftreten können, wenn körpereigene Gleichgewichte der Aminosäuren gestört sind. Vitatonic ist die maßgeschneiderte Nahrungsergänzung, die den Aminosäurehaushalt des Menschen ins Gleichgewicht bringt und den Körper mit allen essentiellen Aminosäuren versorgt. Befindlichkeitsstörungen wie zum Beispiel Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Schlafprobleme, Gedächtnisprobleme und Konzentrationsmängel, aber auch depressiven Verstimmungen können mit Vitatonic beseitigt werden. Wohlbefinden, Stressresistenz, Gesundheit, Leistungsfähigkeit. Ihr persönliches Vitatonic verhilft Ihnen zu mehr Freude am Leben. Aminosäuren sind jene elementaren Bausteine des Lebens, aus denen Eiweiß, der Grundbestandteil des menschlichen Körpers, zum größten Teil aufgebaut ist. Als solche sind sie maßgeblich am Aufbau des Körpergewebes, aber auch am Stoffwechsel, im Immunsystem oder dem Energiehaushalt beteiligt. Aminosäuren sind doch die wesentlichen Bausteine des Menschen, die für den Aufbau, für den Erhalt der Körpersubstanz einfach verantwortlich sind. Und so macht es auch Sinn und es ist vernünftig, nach einem Gleichgewicht oder Ungleichgewicht im Bereich des Aminosäurenhaushaltes zu suchen. Gerade bei erhöhter körperlicher Anstrengung, etwa im Leistungssport, profitiert der Körper von der zusätzlichen Versorgung mit Aminosäuren. Die positiven Folgen einer individuellen Nahrungsergänzung mit Vitatonic, wie etwa die Erhöhung von Kraft und Ausdauer, die Verlängerung der Trainingseinheiten sowie die Verkürzung der Regenerationsphasen ermöglichen den einzelnen Athleten eine deutliche Leistungssteigerung. Ich bin 60-facher österreichischer Meister, über verschiedene Laufdisziplinen von 3.000 Meter bis 5.000 Meter, 10.000 Meter bis zur Marathondistanz eben hin. Halt eben seit 1986 österreichischer Rekord mit zwei Stunden zwölf Minuten Marathon. Es gibt ja auch schon wissenschaftliche Studien, die was ganz klar belegen, dass gerade der Alterungsprozess verlangsamt werden kann. Dass bei vielen Menschen, was heute so leider Gottes ist, viele Depressionen, sehr gute Erfolge vor aufweisen kann, für die Haut, für die Haare, das, was ich eigentlich auch alles von mir selbst sagen kann. Ich betreibe seit zwölf Jahren Fitnessclubs hier im Auf-Center, das Lifeline, mit dem habe ich begonnen. Natürlich merkt man selber, dass man immer wieder an Grenzen anstoßt und da war ganz wichtig für mich der Kontakt zu Professor Spohner. Dieses Amino-Sein-Programm hat mir natürlich irrsinnige Fortschritte gebracht. Es war einfach viel weniger Müdigkeit, wesentlich mehr Vitalität im Körper. Die Schlafzeit hat sich bei mir persönlich reduziert auf sechs Stunden und es war ein Gefühl, als wenn man zehn, zwölf Stunden schläft. Ich bin vom Beruf Herausgeberin eines Gesellschaftsmagazins, das natürlich sehr viel Stress mit sich bedingt und habe zusätzlich noch mehrere Ehrenfunktionen in verschiedenen internationalen Vereinigungen. Was mich besonders beeindruckt hat und auch anderen Leuten, denen ich das Produkt und die Behandlung empfohlen habe, ist diese persönliche individuelle Betreuung. Also gleich nach der Blutabnahme wurde ich vom Herrn Dr. Spohner persönlich angerufen und ich muss sagen, ich war sowas von überrascht. Also ich bin sehr skeptisch an all diesen Dingen gegenüber und da war ich zum ersten Mal wirklich absolut überrascht und sehr begeistert. Wir haben da jetzt auch das Hotel und ich bin ja im Hotel Sportler und auch die Familie und das zusammen. Es braucht auch sehr viel Energie und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, wenn man einfach ein Produkt hat, das kontrolliert ist und vor allem im Spitzensport, wo man die Gewissheit hat, dass keine Verunreinigungen drinnen sind und das von der Qualität einfach entsprechend hochwertig ist. Und es ist für mich seitdem schon äußerst erfolgreich geworden. Ich bin Weltmeister, Vize-Weltmeister, Abfahrtsweltcup-Sieger mittlerweile geworden. Mit der Logik Dranias, grüß Gott. Vitatronik wird auf jeden Menschen individuell abgestimmt und auf dessen individuelle Bedürfnisse maßgeschneidert. Mit Hilfe des Vitatronik-Bluttests werden Defizite an Aminosäuren aufgedeckt und ein persönliches Aminosäurenprogramm zusammengestellt. Danach wird Vitatronik aus hochwertigen, reinen Aminosäuren unter Zusatz von wichtigen Vitaminen und Spurenelementen rezeptiert. Ich nehme es zweimal täglich, etwa, naja, viertel, halbe Stunde, bevor ich frühstücke. Und am Abend nehme ich es meistens, bevor ich ins Bett gehe, so ein halbes Glas, viertel Glas Wasser. Da löse ich so einen Löffel, also so einen Messlöffel voll auf. Es geht relativ rasch. Es schmeckt auch sehr gut. Also ich habe einen eher doch stressreichen Beruf. Ich bin viel unterwegs, ich reise viel, ich besuche viele Kunden. Und da hilft mir das Vitatronik insbesondere, als ich spüre, ich kann mit dieser beruflichen Stresssituation wesentlich besser umgehen. Individuelle Lebensgewohnheiten erfordern individuelle Maßnahmen. Vitatronik bietet ein konkurrenzloses Spektrum von Einsatzmöglichkeiten und liefert den entscheidenden Beitrag zu Gesundheit und persönlichen Wohlbefinden.